So, weg hier. Oh, ich will mir jetzt einfach 5 Diamanten. Hallo. Kann ich mal eben in die andere Welt gehen? Äh, warte mal. Ich bin fertig. Ja, kann ja gleich wieder rein. Hä? Außer es geht noch weiter runter eigentlich. Ja, wird wohl, wenn nach der... nach der Blizz... Nach der Blizz geht es nicht mehr weiter. Ach du Scheiße. Was denn? Was denn? Ah, ich bin tot! Nicht. Schmeiß mal bitte Blöcke runter. Was hast du gemacht? Ich habe Blöcke. Was ist das denn für eine Welt? Ja, weiß ich auch nicht. Was? Schmeiß mal Blöcke und du kommst mal wieder hoch. Ja, jetzt wenn man den Block kaputt macht. Boah. Hey, wie gemein ist das denn? Ja, ich habe gar nicht daran gehört, dass die Blöcke, wo man durchfällt. Scheiße, meine Schuhe sind kaputt gegangen. Nein. Alter, zum... Die Pauschens brauche ich ja nicht mehr. Kann da rein. Das ist voll gemein gewesen. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Guck mal was denn gespott ist. Ich weiß. Deswegen habe ich gefragt, was du gemacht hast. Keine Ahnung, ich bin einfach zu nahe hingegangen. Okay. Protraction und Braking, okay. Die anderen wirst du jetzt mal reparieren. Was ist das denn für ein Scheiß? Wäre das alles sicher, würde ich ganz gut da hinkommen und die klatschen können aber so. Ich weiß es denn für sicher für dich. Erdböcke auf jeden Fall nicht. Dass da eine Ebene ist. Ja, was mache ich denn gerade? Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Dann kann ich die nämlich auch klatschen. Ich bin gleich tot. Ja. Alter, die haben ja extrem große Effekt. Weil wenn ich nämlich runterfall, habe ich nur noch ein halbes Herz. Leute, ich habe gar keinen Schaden bekommen. Also Federfall drauf oder was? Ja, ja. Ja, guck mal, das habe ich zum Beispiel nicht drauf. Feather Falling 3. Hm. Ja, ähm. Ja. Gut, ich habe jetzt nicht gesagt, dass da Wäser sind, ne? Ich will ja unbedingt wissen, was da in der Truhe ist. Oh, warte mal, ich weiß, wie ich da hinkomme. Boah, ja klar, du kleiner Luter. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Was denn? Du willst ja auch schon wissen, was da in der Truhe ist. Ich habe die noch nicht mal gesehen gehabt. Ja, da ist eine Truhe in der Mitte drinnen. Ja, eben als ich noch mal geguckt hatte, habe ich das gesehen, ja. Ich nehme mal kurz Gravel mit. So, oder wieder. Mhm. Von unten hoch bauen? Ja. Ich kann mal ganz bisschen Metall lernen. Ich merke grad, dass Gravel echt scheiße ist. Aha. Ähm. Ich brauche mal einen Tuch wieder. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ach, Back to Win war ja schon wieder fertig. Ich habe 63 Ender-Diamanten bekommen und 64 Ender-Diamanten-Spikes. Okay. Textualbe-Compressed-Cubins von neuer. Oh, das Ketten. Du willst ein paar Wither-Farmen, ne? Aber ich tue mal den Ding zerstören hier. Äh, wir haben doch eine... Ah, du bist ein Hurensohn-Wither. Oh mein, boah, ich sterbe. Wizard away. So, gute Nummer. Egal, ich hab die Items. Cookies. Oh mein Gott. Hab ich mich erschrocken, ey. Ich buddel da hoch, will grad den Ding zerstören. Den, 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 den Block. Auf einmal kommt der von der Seite so runtergehuscht. Ah, Gravel war doch jetzt die beste Idee. Hab ich so gemerkt. Ja. Aber egal. Pascht schon. Oh, das ist auch nicht die geilste Idee, da zu spawnen. Ah, Alchemie. Jetzt braucht er diese Ewigkeit, bis das geladen hat. Ach, ich brauchte Diamanten. Oh, das ist doch wieder radioaktiv, Mann. Davon sterbe ich doch schon wieder. Das ist doch scheiße. Wenn ich das nehmen will, sterbe. Ich wette ich. Ich will das nicht nehmen. Ah! Ah! Nein, du bist echt so behindert. Guck mal, ich kann schon wieder nicht in der Basis da umspawnen, weil das Schild der Kacke ist. Und ich hab die nächste Quest schon wieder fertig. Toll, da muss ich irgendwas da stellen hier, so ein Stack. Hallo, klein Reboard. Mein Gott, dann gibt's halt noch einen Gürbel kaputt. Ne, das Ding fertig. Okay. Poli-Tool. Das Poli-Tool konnte ich mal irgendwie herstellen. Poli-Tool. 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 Alles klar, wir brauchen... 4 Stacks Kohle, 16... Ich brauche 16 Stacks Kohle, ist das okay? Das würde reichen, ja. Nein. Ich hab hier... Ich hab die Diamant-Spikes, die zerstöre ich. Ich hab 64 Diamant-Spikes. Was will ich mit Spikes? Kannst du nur die Gegner mit töten. Ich geh in den Arsch schieben. War mir klar, dass du das willst. Ja, ich, ich wechsle mal eben die Ebene wieder, ne? Kann ich nicht. Das war ne neue Ebene, ne? Ah ja. Hier ist wieder Friday Night. Ender Diamonds, die brauche ich ja sogar. Für was? Für Lost in Time. In Falten herstellen. Ähm. Bilder ist... Ne, was mache ich jetzt jetzt? Dias. Ich glaub den Bilders warnt. Bilders. Ich hab ja genug Schassel gebaut, jetzt kann ich auch erstmal wieder Questen machen. Ja stimmt, ja. Posieren Iron Nuggets. Ich hab ja das Iron mitgebracht und Dias brauchen. Ah, Dias hinter drin. Iron... Ja, ich hab ja auch Dias eben noch mitgebracht. Hier. Das sind die Item Collector, Advanced Item Collector, Item Filter... So, ähm, dafür brauchen wir noch zwei Stück. Wollen nicht. Ja, brauch ich auch nicht. Also. Auch nicht. Zack. Den können wir ja auch erstmal auseinander nehmen. Schmeiß ich mal hier rein. Und nochmal auseinander nehmen. Zack. Okay. Das waren genügend sind jetzt erstmal genügend Nuggets. Bam. Mach ich denn da? Weiß ich nicht. So, vielleicht jetzt hergestellt wird leider. Ja. So. Eins, zwei, drei. Okay. Jetzt brauchte ich wieder den Kopf dafür. Und natürlich wieder... Autotic Gate. Mercury brauche ich zweimal und zweimal... Methylcup... Warte. Manganese. Ficarboni. Warte. Also Chemie wieder. Was willst du? Nix. Spaß beim Suchen. Du darfst beim Alchemie machen wieder. Na, das dauert jetzt erstmal wieder. Ah, keine Ahnung wie dieses Journal geht. Ähm, erstmal mal die Köpfe. Oder den Kopf. Ein Glas und ein Buch. Okay. Haben wir ein Buch. 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 Hühnchen. Danke. Aber ich denke, wird ja immer ein Hühnchen. Ich hab eben auch schon nochmal gemacht. 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 Und das andere für'n Teil. Und das Mikro. Und das Mikro. Hühnchen. Natürlich haben wir kein Hühnchen mehr, fuck. Mikroscope. Wir brauch' ich Linsen. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Ich hab' keine Ahnung wie das geht. Weißt du auch nicht, ne? Wer fragt denn? Die wollen... Die haben... Und ein Leash soll angeblich an ähm... Enchantment Plus drauf sein. Uhhhhhhh... Warte. Schu' kann... Ja, ist mir Latte. Ach. Oh Gott. Kann man auch später machen. Kann man auch später machen. Mikroscope. So... 1... 2... 3... Das sagt mir ein Latte, das war! das habe ich der teppich habe ich glaube ich nicht so köstlich auch ein biff belt help me to control ach keine ahnung er muss jetzt nicht nachgucken das ist ja jetzt mal lat fusion reakt hat alles klar und schatten plus wir müssten einmal bitte vom server runter geht auch aber zu egal Ich muss noch mal kurz den Zerb an euch starten. Ähm... So... Helium... Sky... Ich hab schon mal Helium gehabt. Okay... Disconnected. Neustart. Ja... So... Haben wir denn auch ein... Double... Glaub ich nicht. Double... Doch da einen haben wir davon. Machen wir das andere. Was neu gemacht? Startet grad noch. Dauert ein bisschen. rot. Oder... Na genau. Der hat ein bisschen. Kann der Helium? Was ist hier? Was ist?